So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine Aufgabe gehen, falls ihr noch irgendwie Hilfe braucht zu weiteren Aufgaben, die heute rausgekommen sind, klickt einfach mal oben rechts auf das i, dann kommt ihr direkt zu einer Playlist, die ich extra für euch erstellt habe, damit ihr nicht irgendwie weiter auf YouTube rumsuchen müsst, deswegen klickt oben rechts auf das i, damit ihr da auf jeden Fall dann auch weiterkommt bei den ganzen Aufgaben. Heute soll es mal in diesem Video um eine Aufgabe gehen, die nennt sich hier Besuche, Grumpy Greens, das Rasenmäherrennen und Risky Reels, wir müssen insgesamt bei diesen drei Orten landen, wo die sich befinden, werde ich euch mal gleich zeigen, davor könnt ihr gerne Like da lassen und auch ein Abo da lassen, falls ihr neu da seid, würde mich auch sehr sehr freuen und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Der erste Ort, den ihr besuchen müsst, wäre dann hier dieser Smiley, der so ein bisschen böse guckt, das wäre dann hier Grumpy Greens, das Ganze befindet sich hier in der Nähe von Pleasant Park, einfach einmal ganz kurz hier landen, unten links seht ihr das Ganze auch schon, ist ein Orientierungspunkt, das Ganze befindet sich ganz genau hier auf der Karte in der Nähe von Pleasant Park, einfach landen, dann habt ihr schon mal den ersten Teil der Aufgabe erledigt und dann würde ich sagen, kommen wir auch mal schon direkt zum zweiten Ort. Den zweiten Ort, den ihr besuchen müsst, wäre dann hier in der Nähe von Frenzy Farm, hier ist der Obstgarten, da ist Frenzy Farm und hier ist dann das Rasenmäherrennen, das ihr hier ganz kurz besuchen müsst, ich hoffe, dass das irgendwann mal echt aktiv wird und dass man hier vielleicht zu dritt ein kleines Rennen veranstalten kann, ich denke mal irgendwann wird es schon möglich sein, dass man die Dinger hier steuern kann, wäre eigentlich lustig, wäre eigentlich ganz nice, ja. Schreibt es mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr das Ganze auch so wollt und das Ganze befindet sich natürlich ganz genau hier auf der Karte und dann würde ich sagen, kommen wir schon direkt zum letzten Ort. Der letzte Ort, den ihr besuchen müsst, wäre dann ganz genau hier bei Risky Reels, unten links seht ihr das Ganze auch schon, ist auch ein Orientierungspunkt, das Ganze befindet sich ganz genau hier auf der Karte in der Nähe von Frenzy Farm. Ihr könnt das Ganze so machen, wenn ihr hier oben das Rasenmäherrennen besucht habt, baut euch einfach hier in Gruppenkeile hoch, fliegt hier rüber und dann habt ihr die Aufgabe ganz easy gelöst und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video. Das war's für heute.